Next Time! Ja, hey ho meine lieben Gaming-Ditros! Und herzlich willkommen zu einem kleinen Ansprechvideo. Und zwar spielen wir bei Minecraft-Scarus auf Pizzi.tv. Und ja, ich will mal ein bisschen über meinen Server reden und so. Oh, toll. Wir waren leider gekickt. Toll. Geh' ich kurz das Spiel dabei und join'n auf meinen neuen Server und versuchen was dann noch mal. Also ich würde mich irritierisch freuen, wenn ihr auf unsere Server kommt. At pizzi.mc.mineplay.me Könnt ihr gerne mal join'n. Also ich hoffe, dass ihr das tut. Weil das wär geil. Dann hätten wir jetzt auch mal ein paar Spielern und könnten ein bisschen was austesten. Also ich hoffe, dass ihr mal drauf kommt. Und ja. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Zum Beispiel Spiele, die ich mal so anzocken soll. Dann schreibt doch gerne Vorschläge in die Kommentare. Und ja. Okay, ich hab das mit Leben da oben gefakt. Das sage ich schon mal jetzt. Aber egal. Oh, wir haben sogar jetzt... Okay, am Anfang erstmal einen kurzen Lag. Wir haben sogar in eine Runde geschafft. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Abbauen geht ja noch. Flop. Ähm. Okay, ich frag mich jetzt, warum ich manchmal so zwischendurch solche... Eigenartigen Ruckler habe. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist alles nicht so optimal. Naja gut. Ähm. Aber auf jeden Fall. Wenn ihr mal mit mir eine Runde zu spielen wollt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ich wäre gerne bereit, da mit euch eine Runde zu spielen zu machen. Haben wir schon Boots? Ne, haben wir noch nicht. Gut. Dann können wir die da raus machen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute, wenn wir das machen könnten. So. Hier ist unser Teamkollege. So. Gibt... Okay. Hier drin. Oh ja. Scheiße. Die sind gut ausgerüstet. Das sieht aber an. Komm. Ich kauf all die. Dann kauf all die. All die schön. Geil. Pfff. Produktplatzierung XD. Ne. Boah. Pfff. Okay. Wir versnitten uns hier. Das müsste eigentlich vielleicht schaffen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Diese Runde zu gewinnen ist gerade zwar ein bisschen lagweilig, muss ich zugeben. Aua. Die bauen sich oben rein. Oh ja, den haben wir gerackt. Geil. Die andere kommt von unten. Los, komm, wir gehen nach. Los, geht rauf, komm, wir kommen. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Yes, den haben wir auch gerackt. Nice, Leute. Da haben wir sogar schon mal unsere geilen Kills abgeräumt. Finde ich schon mal geil. Teampartner, warte mal. Ich schmeckte mal die ganzen Frauen hier von oben runter. Vielleicht findest du ja da irgendwas nützliches für dich. Könnte sein. So, ab und nach unten. So, es gibt noch, ach so, es gibt noch ein Gegner-Team. Äh, wo ist das, bitteschön? Gegner-Team? Hallo? Wo? Ach, Mitte. Oder? Ach doch, da. Da ist jemand. Da ist jemand gestorben. Komm, den kill, den kill wir. Leute, komm. Wir haben vergessen, natürlich beschlüpft. Nee, 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 nein, 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 ich opf mich, ich opf mich, geh, nicht opf mich, geh, nicht opf mich, geh, geh. igen, sinqio, ja, 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 er gelässt geer. Ja komm, die kill mir, die kill mir, ja, 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 ah und dann herracht. Geil. Dann gibt man es noch. Da. Da drüben ist der andere. Da hat er sogar eine verzaufte Brustplate. Okay, gib ihm Gottoffel. Oh, wir haben gewonnen. Okay, das war eine easy Runde. GG. Sagen wir mal, diese Runde haben wir nice gerackt. Und jo, dann sag ich mal, ab in den Hub. Und wir spielen noch eine Runde, weil sie so Spaß macht. Zack, ab zur Schilderwand. So, wo gibt's jemand eine Runde? Nehmen wir mal die da, genau. Winner, wieder mal. Winner, Winner. Schön. Gehen wir mal wieder an Team 4. Gehen wir bei uns in Team 4? Ne. Toll. Aber auf jeden Fall würde ich mich freuen. Wenn ihr mal auf unserem Server vorbeischaut, bitte, bitte tut das. Ich möchte mal hier mal mit euch darauf zocken, bitte. Aber gut, genug vom Server gelabert. Ähm, ja. Äh, ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen aktiver zu sein. Momentan ist halt so ein bisschen, ich will Stress, dies, das, mehr, funktionsaufnahmeprogramm, nicht mal gekocht ist. Wenn ihr dann ab und sagt, meckert YouTube wieder, ob diese Datei zu, geht nicht. Bitte nehmen Sie einen anderen. Ja, ja, man hat immer schon mal, äh, Probleme mit YouTube. Kann man so sagen, ne? So, und dann hier ist dann noch unser Thema. Okay, wir werden gleich mal wieder Winter. Das ist nice. So, ab nach oben und dann mal die Kiste snacken. Okay, wir haben schon wieder, äh, Dia-Zeugs. Also, wir können schon wieder wieder Dia-Aquipment machen. So, schmal anziehen. Zack, zack. Beam. Okay, gleich mal noch ein Achievement machen. Zack. Dia-Schwert. Brustpanzer und Hose. Zack, zack. Gut, sieht bis jetzt eigentlich ganz nice aus. Oh, Stein, brauche ich doch. Ja, gut, Essen haben wir da. Ja, ist gut. Was hat das so schön bewirkte, Programm? Oh, au! Nichts, Ich hab' auch... Nein! 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 Oh, schade! Oh, das war grad laut! Wo ist mein Teamkollege? Ach so! Gut, die haben uns gerackt! Hm, toll! Gut, dann... Gleich mal eine neue Runde, Skywars! Äh, warum nicht? Und ein 12x1! Meinetwegen! Ich will halt eine 12x1-Runde! Uuuuh, ja! Ihr könnt auch gerne mal mir auf Twitter folgen! Link ist in der Videobeschreibung und bei den Social Media Links! Und mit welchem... Wenn ihr euch fragt, mit welchem Taxi-Pack ich spiele, das ist das Pink-Player-Pack! Könnt ihr immer gerne eingeben! Äh, auch noch im Programm benutze ich momentan Action! Aber das ist eigentlich ganz geil! Könnt ihr euch auch mal... äh... Gönnen! Ist eigentlich echt nice! Heilige Scheiße! Wow! Okay, wir haben das Jumping Line erstmal easy geschafft! Geil! Und übrigens... Es kommen bald auch noch ein paar Videos von... LuckyRace auf RainDMC.de! Könnt ihr euch schon mal drauf freuen! Und ich hoffe, dass ihr auf Instagram verbreitet... Wo ich euch jetzt nochmal... Entschuldigung, dass ich so oft anspreche... Aber bitte kommt drauf! Ich will mit euch da endlich mal alles testen! Nicht, dass ihr dann am Ende... äh... Releasen! Ihr wart nicht drauf! Und am Ende sagt ihr dann... Bäh! Der Server ist heißer! Nee! Lass... Schicken dir was weiß ich wohin! Aber nicht... Ich will ihn nicht! Lass mich! Deswegen... Damit sowas nicht passiert... Möchte ich gerne, dass ihr unseren Server testet! Damit ich auch weiß... Ob ich den Server so wie wir den gerade momentan haben... Überlesen kann... Oder nicht! Okay, wir erstmal in die Mitte porten! Oh, das ist so geklappt! Geil! Können wir gleich mal... Hier... Okay, plopp, plopp, plopp! Da... Zack! Wir nehmen meine Brustenplatte, weil... Ach, da ist eine Brust, oh gut! Ähm, das kann weg... Schuss... 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 Ich muss mal kurz einen Goldapfel... Ist hier irgendwas Gutes dabei? Na, gib mir den Goldapfel! Danke! So, ist hier irgendwas Gutes in der Truhe? Ja, Goldapfel... Hm... Kann man nehmen! Äh, ich hätte doch irgendwo... Ach ja! Boah, hab ich schon der Enderpearl! Wow! So! Der will sich einfach alle irgendwo hinspringen! Ne? Das ist ja unwahrscheinlich! So versuchen wir es mal hier... Hallo! Okay, der fliegt aus der Welt! Zack! Oh! So, haben wir schon mal 100 Coins? Äh, zack, zack, zack! Habe ich ne Hose? Toh, ich hab grad keine Hose! Äh... Ja, bauen wir uns mal hier lang... Sooo... Weil ich seh, anders hab grad keinen Gegner! Nicht mal auf der Minimap! Ja, da hinten hab ich's rumsen! Ja, da hinten hab ich's rumsen! Okay, ne, das ist mir noch zu riskant! Sooo... Ähm... So... Ähm... So... Ach, ich seh' nicht wohin! Unserer Gast... Da ist der! Oh, der hat gutes Equipment. Ich spiel mich mal leicht hinter ihn. Nein, 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 nein. Wir wollen kein Knockback. Wir wollen kein Knockback. Scheiße! Oh, das war knapp. Ja, GG, sag ich mal an der Stelle. Das war's jetzt auch mit dem Part von Minecraft Skywars. Mal eine Runde mit ein bisschen Infotalk. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne einen Protest mit dem Werken darf. Dann sag ich mal, haut rein und BYE! Lasst es! Tschüss!